Grüß Gott, mein Name ist Jens Weinmann. Ich bin gelernter Telekommunikationselektroniker und lebe seit zwei Jahren in München. Geboren und aufgewachsen bin ich in der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt. Durch meine Ausbildung bei der Telekom in elf Jahren direkter Anstellung und spätere Arbeit für Subauftragnehmer im technischen Kundendienst habe ich umfangreiche Kenntnisse erworben. Im direkten Kundenkontakt beseitigte ich Störungen bei Telefon- und DSL-Anschlüssen sowie Datenleitungen und installierte diese im Sprechstellenbau. Ergänzt habe ich meine Kenntnisse durch Selbststudium und Weiterbildung im Bereich Computer- und Netzwerkinstallation. Aufbauend auf meinen Erfahrungen im Computerservice und Rollout, zuletzt bei BMW, suche ich eine neue Herausforderung. In mir finden Sie einen Mitarbeiter, der lösungsorientiert und selbstständig arbeitet. Mein Ziel ist es, meine Kenntnisse ständig zu erweitern, um Ihren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Habe ich Ihr Interesse geweckt, dann freue ich mich auf ein persönliches Gespräch, bei dem wir weitere Fragen näher erörtern können. Vielen Dank!